Nach dem Verbot von Udo Lindenberg, dem Oberindianer, folgt nun das nächste. Linksgrüne fordern, dass Bud Spencer und Terence Hill-Filme verboten werden. Sie sind kulturelle Aneignung aufgrund der Indianer, die in den Filmen vorkommen, und die exzessive Gewalt muss zensiert werden. Die kolonialistische Ausbeutung des indianischen Erbes muss endlich ein Ende finden, laut linksgrüner Sichtweise. Nun soll auch eine Vielzahl der sogenannten Spaghetti-Western dran glauben. Unter anderem Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Aktuell wird im italienischen Parlament eine weltweit unterschriebene Petition diskutiert. Nicht nur die Gewalt und das Vorkommen von Indianern wird diskutiert, sondern auch die verbrecherische kulturelle Aneignung, die Italien durch diese Filme begangen hat. Erboste stimmen lassen verlauten, wie können denn Spaghetti-Fresser, Bohnfresser und Burgerfresser darstellen? Ja, das weiße, mexikanische und indianische Amerika ist erbost. Um kostspielige und zeitaufwendige Gerichtsverfahren zu vermeiden und auch ein totales Komplettverbot der Spaghetti-Western zu verhindern, gibt es nun einige außergerichtliche Lösungsvorschläge. So soll es je nach Hautfarbe und kultureller Abstammung für Amerikaner sogenannte Entschädigungsgutscheine geben. Feuerwasser-Gutscheine für Indianer, Taco-Coupons für Mexikaner und ein Zwei zum Preis von einem Big Mac-Menü-Gutschein für weiße, nicht italienischstämmige Amerikaner. Zusätzlich soll bei allen Italo-Western eine Warntafel eingeführt werden. Aktuell ist noch folgender Spruch in Diskussion. Vorsicht vor hinterlässigen, kulturraubenden Spaghetti-Fressern. Sie klauen euch eure Tacos, eure Burger und euer Feuerwasser. So wie sie schon den Chinesen die Nudeln geklaut haben. Und obendrein wollen sie euch noch eins auf die Glocke geben. Wer bis jetzt diesen völlig irrealen, absurden Mumpitz für echt gehalten hat, ist auf den Holzweg. Den Käse, den ich euch gerade erzählt habe, den habe ich mir einfach mal ausgedacht. Ja okay, ganz selber habe ich es mir nicht ausgedacht, denn diese Überlegung gibt es schon seit längerem. Denn wer ein bisschen mal hier und da im Internet rumsurft, der merkt schnell, Ja, einige stellen sich tatsächlich die Frage, wann kommt man von linksgrün lackierter Gaga-Seite auf die Idee zu sagen, diese Filme müssen weg. Und naja, so abwegig ist das Ganze ja nun auch nicht. Denn dass Begriffe wie Indianer, Zigeunerschnitzel und so weiter und so fort mittlerweile ja verboten sind, das haben sich vor Pima Daum 20 Jahren und länger Leute gar nicht träumen lassen. Da wurden Witze drüber gemacht. So nach dem Motto, irgendwann darfst du dich nicht mehr als Indianer verkleiden, irgendwann darfst du gar ein Zigeunerschnitzel mehr im Restaurant bestellen und so weiter und so fort. Ja, das was damals Witze waren, ist heutzutage Realität. Und an der Stelle will ich mal nicht die verharmlosenden Worte von Mickey Beisenherz vergessen, der letztens ja zum Gottschalk meinte, Ja, kann man dann nicht mal auf diese drei Worte verzichten? Äh, nee, es sind ja mittlerweile wesentlich mehr als nur drei Worte. Es sind ja zig Sachen, die du nicht mehr sagen oder tun darfst, auch wenn sie eigentlich völlig harmlos sind und überhaupt nicht strafbar. Wir reden hier von einer ellenlangen Liste, die natürlich ständig erweitert wird. Tja, und wer hier mein kleines Märchen oder sagen wir meine Zeitungsente geglaubt hat, naja, das zeigt, den Leuten ist es schon bewusst, dass das passieren könnte in nächster Zeit. Und das, was hier noch spaßig von mir erfunden, ausgedachter Mumpitz ist, Ja, das ist vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht sogar ein paar Monaten, Realität. Und ähnliche Argumentationen, wie ich das jetzt hier zusammenfantasiert habe, das gibt es ja schon in Bezug auf anderen Bereichen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile tatsächlich Warentafeln vor lustigen Filmen aus alten Zeiten, die in schwarz-weiß sind. Ja, Stan Laurel und Oliver Hardy, die hat es schon getroffen. Also dick und doof, wie man sie erkennt. Ja, auch diese Filme haben mittlerweile den Stempel Rassismus gekriegt. So wie ja auch Udo Lindenbergs Lied Sonderzug nach Pankowor Erich Honecker als Oberindianer bezeichnet. Ja, gut finde ich die Bezeichnung auch nicht. Finden viele bestimmt nicht gut, fanden damals auch viele nicht gut, weil Erich Honecker als Oberindianer so eine Ehre, diesem Mann zukommen zu lassen, Es ist schon eine ziemliche Beleidigung für Indianer, als Erich Honecker dargestellt zu werden. Aber das geistig umnachtete Thema der sogenannten kulturellen Aneignung geistert ja sowieso schon länger durch die Presse und immer wieder. Ja, im Rahmen des Oktoberfests gab es mal auch wieder das Thema kulturelle Aneignung, weil dunkelhäutige Bayern-Spieler mit Lederhose rumlaufen. Denn da war ein AfD-Politiker so frech und hat gesagt, meine Kinder dürfen gerne Indianer spielen, weil dunkelhäutige Bayern-Spieler eben auch in Lederhose rumlaufen beim Oktoberfest und er findet das eigentlich gut. Da drehte man natürlich von linksgrüner Seite mal wieder völlig durch. Tja, kulturelle Aneignung in Bezug auf deutsche Kultur kein Problem, in Bezug auf andere massives Problem. Tja, normalerweise gilt ja, wer A sagt, muss auch B sagen, aber bei linksgrüner absurder Logik spielt das natürlich keine Rolle. Da gilt lieber, wer A sagt, muss auch Innen sagen oder noch besser, wer Sinti sagt, der muss auch Roma sagen, auch wenn das eigentlich niemand will, außer Leute, die bildungsfremd sind und von nichts Ahnung haben. Und ja, falls hier ein paar Sinti zuhören, die wissen direkt, wovon die Rede ist. Denn die selbsternannten Bessermenschen von links und grün, ja, die gedenken immer gerne an die Verbrechen der 33er und was da den Sinti und Roma und anderen angetan wurde. Und ja, dazu gibt es auch ein Sinti und Roma-Denkmal, wo ich mir immer jedes Mal denke, generell sowieso bei diesem Denktag oder Gedenktag heißt es ja, es gab doch noch viel mehr als nur Sinti und Roma. Ja, man darf zwar nicht Zigeuner sagen, das ist ganz böse, das ist ganz böse 33er, aber die Wahrheit ist ja, das ist ein Sammelbegriff, das war schon immer ein einfacher Sammelbegriff, für zig verschiedene. Und es war nicht bloß Sinti und Roma, denen Schlimmes angetan wurde, nein, die Liste geht noch ein bisschen weiter. Aber in der linksgrün lackierten Bessermenschenwelt ist man natürlich viel zu faul, die ganzen Namen aufzuzählen oder irgendwie einen Sammelbegriff vielleicht neuen zu definieren, beziehungsweise sich überhaupt dafür zu interessieren, dass nun mal die Geschichte der Zigeuner eine Geschichte ist, die differenziert zu betrachten ist und wo es eben so ist wie in ganz Europa, nicht jeder Europäer ist gleich ein Europäer wie der andere. Oder sagen wir es mal so, das Thema so abzuwaschen mit immer Sinti und Roma ist ja quasi praktisch eigentlich schon rassistisch. Aber Hauptsache man glaubt, man ist was Besseres, weil man den Begriff Zigeuner nicht verwendet. Völlig gaga. Man schwätzt immer nur von Sinti und Roma und lässt den Großteil weg. Beziehungsweise die Sinti wollen mit den Roma eigentlich nicht in einen Topf geworfen werden. Weil Sinti sind nun mal keine Roma. Ja, da gibt's viele Sinti, vor allen Dingen eher älterer Natur, die sagen, du wißt du was, bevor du Sinti und Roma sagst, sag lieber Zigeuner, das ist mir lieber. Und ja, Roma sind bei anderen Zigeunern unbeliebt. Warum? Ja, weil Roma sind nirgendwo beliebt. Weil Roma es schaffen, egal wo in Europa sich ständig daneben zu benehmen. Ich erinnere nur aktuell an die Vorfälle in Kiel, wo es besonders Roma sind, die dort, ja, ich sag mal, Straftaten begehen. In manchen Berichten werden ja lustigerweise diese Roma einfach als Ukrainer bezeichnet, obwohl sie's natürlich nicht sind. Ja, die haben einen ukrainischen Pass, aber das sind keine Ukrainer. Und nein, bevor ja irgendein Rassismusquatsch anfängt, die sehen sich nicht als Ukrainer. Die sind generell, muss man so sagen, besonders in den eslawischen Räumen stark verteilt. Also die gibt's zum Beispiel nicht nur in der Ukraine, auch bei den Tschechen, bei den Rumänen. Und naja, im Normalfall wollen die eigentlich mit den Rumänen beziehungsweise Ukrainern und so weiter und so fort oder sagen, wenn man so, sie wollen nichts mit dem Staat zu tun haben. Sie wollen eigentlich gar nicht dazugehören. Wobei man natürlich auch sagen muss, pauschal ist das nicht so. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber es ist eben nicht die Regel, dass sich die Leute da anständig verhalten, sondern die Regel ist, dass es ständig Probleme gibt. Und ja, die machen sich auch untereinander Probleme. Also ich weise nun mal auf die Problematik in der immer schlechter werdenden Trüffelernte hin. Und wenn du zum Beispiel mal einen Tschechen triffst, am besten noch einen älteren Baujahrs, der noch weh ist, wie es zu DDR-Zeiten war, beziehungsweise Sowjet-Zeiten, denn die Tschechei hieß ja nicht DDR, beziehungsweise da war es ja noch die Tschechoslowakei. Jedenfalls normalerweise, wenn du ein Tschechen auf das Thema ansprichst, da kriegt er einen Hals ohne Ende. Weil es da negative Geschichten gibt, noch und nöcher und krass ohne Ende. Und genau mit solchen Geschichten möchten zum Beispiel Sinti nicht in einen Topf geworfen werden. Aber nicht nur in Bezug auf Zigeuner ist das Verhalten der linksgrünen Möchtegern-Besser-Menschen rassistisch, auch in anderen Bereichen ist es rassistisch und natürlich auch in Bezug auf Indianer. Denn während man das Wort Indianer verbieten will, hat man mit dem Wort Indio gar kein Problem. Obwohl es genau dasselbe bedeutet. Denn weil Kolumbus ja dachte, er hätte den Seeweg nach Indien entdeckt und deswegen dachte, das wäre ein Inder, die er da antraf und sie deswegen Indianer, beziehungsweise Indios nannte, sagen wir ja absurderweise Indianer. Inhaltlich natürlich völliger Mumpitz und Quatsch. Aber naja, so ist das nur mit der Sprache und Wörtern. Die Entstehungsgeschichte von Wörtern ist oft kurios. Man weiß am Ende gar nicht mehr, warum es so heißt. Und naja, ich sag mal so, in Kinderschokolade ist natürlich auch kein Kind drin. Jedenfalls über das Wort Indio hat sich noch niemand von den linksgrün Lackierten beschwert. Jedenfalls finde ich dazu nichts. Dafür gibt es aber Hilfsorganisationen, die sich genauso bezeichnen. Und zwar Indio Hilfe Peru. Jetzt muss man natürlich noch wissen, als Indios werden normalerweise die Ureinwohner in Südamerika bezeichnet. Oder gern auch manchmal Naturvölker genannt. Aber der übliche Begriff ist, wenn du da irgendeine Doku siehst, auch neuere Sachen natürlich, aktuelle, da wird immer von den Indios gesprochen. Da gibt es aber kein Theater, obwohl es genau derselbe Ursprung ist. Und ich sag mal so, in Südamerika ging es natürlich auch rassistisch zu hoch 10. Also da braucht man sich jetzt, ich sag mal so, keine komischen Vorstellungen davon machen, dass es da so unbedingt besser gewesen sei als in Nordamerika. Sprich, die linksgrün Lackierten müssten hier eigentlich Sturm laufen. Machen sie aber nicht. Da flippen sie nicht aus. Und warum? Weil linksgrüne meistens Blödsinn hoch 10, Bildung ist gleich 0, Fantasie aber 1000%. Aber naja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Also vielleicht fühlen sich ja einige linksgrüne dazu inspiriert, durch meine Worte hier, da endlich mal Sturm gegen zu laufen und das Wort Indio zu verbieten. Und natürlich ideellerweise Bud Spencer und Terence Hill Filme natürlich auch. Im Übrigen gibt es tatsächlich ein Verbot für diese Filme an einem bestimmten Tag und zwar am Karfreitag. Bud Spencer und Terence Hill Film, Freunde, werden das natürlich sowieso wissen und wahrscheinlich längst reingeschrieben haben in die Kommentare. Aber es ist tatsächlich an diesem christlichen Feiertag verboten, solche Filme zu zeigen, wegen der Gewalt. Also es ist jetzt nicht so, dass es kein Verbot gibt für diese Filme. Jedenfalls ist es dann eigentlich nur ein Tagesverbot, wenn du so willst. In diesem Sinne, Vorsicht, Vorsicht bei Witzen zu der Forbiteritis. Vielleicht dauert das nicht lange und dann gibt's das.